Kapitel 3 Ich hoffe, Sie sind zufrieden? Hilfe, Hermine! Was ist denn los? Sind die Angebote so gut? scherzte Harry, der von Hermine in einer ihrer üblichen Umarmungen geschlossen wurde. Nein, nein! Meine Eltern! England! Flughafen! Nächste Woche! stammelte Hermine unter den Tränen, die von ihrem Gesicht auf Harrys Shirt liefen. Aber wie? war alles, was Harry fragen konnte. Er strich zaghaft über Hermines Rücken, wodurch sie sich beruhigte und anfing zu erklären. Kingsley hat eine Gruppe von Suchenden, das sind spezielle ausgebildete Auroren für vermissten Fälle nach Australien geschickt, erklärte Hermine bei dem fragenden Blick ihres besten Freundes. Er meinte, das sei das Mindeste, was die britische Gemeinschaft mir Gutes tun könnte. Sie haben meine Eltern gefunden und haben ihre Erinnerungen wiederhergestellt. Meine Eltern verkaufen jetzt alles in Australien und kommen zurück. Am Mittwoch kann ich sie vom Flughafen abholen. Gleichzeitig wird unser Haus gerade in diesem Moment für die Ankunft vorbereitet. Ist es nicht toll? fragte Hermine. Ja, das ist wirklich großartig. Ich freue mich für dich. Willst du gleich los und euer Haus anschauen? fragte Harry, dem man das Glück förmlich ansah. Er hatte in den letzten Tagen Hermine immer wieder unglücklich erwischt und wusste natürlich warum. Es schmerzte ihn immer, wenn Hermine unglücklich war. Ja, das war schon so im vierten Schuljahr gewesen und im sechsten und eigentlich immer. Aber dieses Mal wusste er, dass es allein und einzig seine Schuld war. Ja, ich würde gerne. Aber wolltest du heute nicht nach Godricks Hollow? fragte Hermine vorsichtig. Ja, stimmt. Das kann ich aber auch verschieben. Ist ja nicht so, dass da jemand wegrennt. Ich will dich nicht länger von zu Hause fernhalten, als nötig. erklärte Harry. Das ist nicht lustig, Harry. Das ist makaber. Aber wenn du willst, dann begleite ich dich zuerst zu deinen Eltern und dann gehen wir zu meinem Elternhaus, tatelte Hermine Harry. Entschuldige. Ich dachte, das wäre witzig. Ja, das würde mir gefallen. Ich wüsste nicht, wen ich lieber dabei hätte. Wollen wir gleich los? Gerne, Harry. Ich sage nur kurz Bescheid, sagte Hermine und verschwand schon in die Küche zu Molly. Keine fünf Minuten später standen Harry und Hermine wieder vor der kleinen Kirche und im Eisentor zum Friedhof von Godricks Hollow. Dieses Mal waren die Bäume grün und der Schnee war schon lange verschwunden. Bei Tag und im Frühling sieht es hier ganz anders aus, stellte Harry fest und machte keine Anstalten, sich in die Richtung Friedhof zu bewegen. Ich bin bei dir. Zusammen? fragte Hermine, die immer noch bei Harry untergehakt und apparieren war. Ja, gerne. Ich war nur gerade mit den Gedanken noch nicht so weit. Von ihrem letzten Besuch wussten beide noch, wo die Gräber von Harrys Eltern waren. Sie gingen wieder an dem Grab von Ignatius Peverell vorbei und mussten beide schmunzeln, als sie das Symbol der Heiligtümer des Todes sahen. Sie gingen weiter und bogen um zwei weitere Ecken, bis sie vor dem Grab stand mit der Aufschrift »Der letzte Feind, der zerstört werden muss, ist der Tod« stand. »Ich mag den Spruch immer noch nicht. Er ist einfach so verbunden mit Voldemort«, beschwerte sich Harry erneut. »Ich weiß, wir können ihn sicherlich ändern, wenn du möchtest. Soll ich dich kurz alleine lassen?« fragte Hermine und wollte sich schon von Harry lösen. Sie erhielt keine Antwort, sondern spürte nur den Druck an ihrem Arm, der ihr unmissverständlich klar machte, dass sie bleiben sollte. Hermine blickte zu Harry und lächelte nur, was er erwiderte. »Wie ihr schon wisst, ist Voldemort vernichtet. Die Prophezeiung ist eingetreten. Das Ministerium ist fleißig dabei, alle Sympathisanten und Todesser zu fassen und wegzusperren. Resultat ist eine Heiratspflicht innerhalb der nächsten 90 Tage. Toll, oder? Naja, ihr wisst ja eh alles, wie ich mittlerweile weiß. Gleich gehen wir zu Hermines Elternhaus, denn am Mittwoch kommen die Grangers zurück aus Australien.« Berichtete Harry und schwieg. Hermine löste sich von Harry und kniete sich vor das Grab. Wie bereits im Winter hatte sie einen Kranz heraufbeschworen und an das Grab gelehnt. »Euer Sohn ist ein ganz großartiger Mensch. Ich bin froh, dass ich ihn kenne und wir Teil des Lebens des Anderen sind.« Hermine richtete sich wieder auf und schaute Harry in die Augen. Ein Rascheln ging durch die Bäume, was fast wie schallendes Gelächter klang. Beide grinsten bei dem Gedanken an lachende Bäume. Keiner von beiden wusste, wie lange sie schweigend einander gegenüberstanden. Aber der Schrei eines Raben aus der alten Eiche holte beide in die Realität zurück. »Wollen wir dann zu dir nach Hause, Hermine?«, fragte Harry. »Ja, gerne. Willst du vorher noch zu eurem Haus?« »Nein, diesmal nicht. Danke.« Wenige Minuten später tauchten beide aus dem Nichts in Oxford vor einem großen, weißen Haus auf. »Himmel, wer ist da?«, fragte eine Mitfierzigerin und fuchtelte mit ihrem Zauberschab vor dem Gesicht der beiden herum. »Oh, entschuldigen Sie. Ich bin nur etwas schreckhaft. Miss Granger und Mr. Potter. Schön, Sie kennenzulernen. Wir sind gerade fertig geworden. Wollen Sie die Abnahme machen?«, fragte die Frau und ohne eine Antwort abzuwarten, ging sie voran ins Haus. »Komm, lass uns reingehen.«, forderte Harry Hermine auf. »Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Wir haben alles in den alten Zustand gebracht, plus einige kleine Modernisierungen, sowohl in magischer als auch in Muggeltechnik,«, erklärte die Ministeriumshexe und blickte erwartungsvoll in Hermines Gesicht. »Ich bin noch etwas überfordert. Es sieht aus wie früher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke erscheint mir nicht ausreichend,«, sagte Hermine, die bereits in die Küche und ins Wohnzimmer geschaut hat. »Ach, das ist schon in Ordnung. Was Sie für Opfer gebracht haben für den Frieden, da ist es das Mindeste, das wir uns bedanken.« Kapitel 4 »Das wird jedes Jahr schlimmer mit euch.« »Ihr hättet mich auch mitnehmen können. Ich hätte meinen besten Freund auch gerne begleitet,«, schmollte Ron. »Ach, Ron, du wirst in deiner Familie gebraucht und wir stören da eh nur. »Außerdem ist es ja nicht so, dass magische Gräber plötzlich verschwinden,«, sagte Hermine und begann zeitgleich mit Harry einen Lachkampf zu bekommen. »Das ist jetzt aber auch makaber,«, prustete Harry vor Lachen. »Sorry, Ron. Harry hatte vorher auch so einen makaberen Kommentar gemacht.« »Ich verstehe nicht, warum ihr nicht gleich zum Ministerium geht und eure Anmeldung dort abgebt. Ihr macht das dauernd. Wisst ihr das eigentlich? Ihr kommuniziert ohne Worte. Ihr habt Insiderwitze und das alles. Und wisst ihr noch etwas? Das wird jedes Jahr schlimmer mit euch.«, lächelte Ron. »Was gibt es da zu lachen, Ron?«, empörte sich Hermine. »Nichts sind ganz viel. Also, mein Segen habt ihr. Wirklich,«, erklärte Ron der wütenden Hermine. »Wäre diese Vorstellung so schlimm für dich?«, fragte Harry enttäuscht. »Nein, natürlich nicht. Ich wüsste niemanden, mit dem ich Liebe leben würde bis ans Ende unserer Tage. Es gibt auch niemanden, den ich eher ertrage als dich, Harry,«, erklärte Hermine. »Und, Harry, wie lange sind deine Tage?«, fragte Ron vor Lachen. »Was soll denn daran jetzt so lustig sein?«, fragte Harry verdattet, und auch Hermine wusste nichts, damit anzufangen. »Tage, Mensch, Leute, weibliche Probleme. Ah, Hermine!«, beschwerte sich Ron, der einen Schlag auf den Arm von Hermine kassierte. »Das ist nicht lustig! Wenn ihr das mal erleben müsstet, dann würdet ihr ganz anders reden!«, und mit diesen Worten verließ Hermine wütend das Zimmer von Ron. »Was war das denn jetzt?«, »Mensch, Ron, da hat sie recht. Wir haben da kein Mitspracherecht,«, erklärte Harry. »Ich gehe nach ihr schauen.«, Harry stand auf und folgte Hermine. »Hermine, warte bitte!«, »Manchmal ist er so dumm! Unfassbar!«, erklärte Hermine, die tatsächlich wartete. »Ja, ich weiß, aber du kennst doch Ron. Außerdem wissen wir ja nicht, wie sich das anfühlt oder ist. Woher denn auch?«, versuchte Harry, die Situation zu entschärfen. »Darf ich dich etwas fragen?«, fragte Harry. »Das weißt du doch. Du kannst mich alles fragen.«, »Dann klär mich auf. Ich meine, wie ist das für eine Frau in...«, »ich meine, wenn sie...«, schottete Harry. »Du wirst wissen, wie es ist, wenn eine Frau ihre Menstruation, ihre Tage oder welchen Begriff man auch immer nehmen will, hat?« Das Nicken von Harry zauberte ein kleines Lächeln auf Hermines Lippen. »Du weißt schon, dass das sehr intim ist und nicht das übliche Gespräch zwischen Mann und Frau. Selbst Ehepaare reden da kaum darüber. Aber ich schätze deine Besorgnis. Danke,«, lächelte Hermine und holte Luft, bevor sie erneut begann. »Kurz, es ist nicht schön. Oft ist es richtig schmerzhaft. Ich zum Beispiel bekomme oft Bauchschmerzen und will einfach nur meine Ruhe. Das ist aber bei jeder Frau anders,«, erklärte Hermine. »Willst du auch die anderen Einzelheiten wissen?«, fragte Hermine und machte Anführungszeichen in die Luft. »Ich denke, das reicht mir für heute,«, sagte Harry peinlich berührt, lächelte aber. »Ach, vor ein bisschen Blut hat der große Harry Potter Angst, aber vor Voldemort nicht,«, neckte Hermine ihren besten Freund. »Sehr witzig. Gute Nacht. Bis morgen.« Und Harry rannte die fünf Treppenstufen zu Rons Zimmer zurück. »Gute Nacht. Bis morgen. » Vielen Dank.